So, hallo! Boah, ich hab das 9 statt 10, ich weiß auch nicht. Auf welch geht das noch? Ey Arschler! Wo bist du? Ey, der ist ja da! Joah! Ooooooh! Lockpull in der Gegenstände! Super! Der linke Stiefel! Super! Klikkandolenkugel! Super! Der Anziegel! Super! Er ist super! Ja, das kann man ja nicht machen! Der rote Rein! Der rote Rein! Der rote Rein! Oh ne ich braun! Ach das da! Ah das da! Ich brauch noch zwei! Klauschen irgendwo, wird schon passieren, wo hattest du noch mal runter rein gesehen, in diesem Schloss dann, naja. Präsentiert das Gewehr! Was machst du da? Was machst du da? Was ist denn hier? Pass bloß auf! Tschüss! Ich brauch noch einen Rotwein. Was machst du da? Was machst du da? Kann ich nicht jetzt irgendwo kaufen? Präsentiert das Gewehr! Au! Ich hab' den Pizzastundenmarkt. So, lass uns mal handeln. Lass uns handeln. Hast du noch einen Rotwein? Träuch' dich, wenn... Nein! Scheiße! Muss mal hier suchen. Irgendwo muss hier noch irgendwo Rotwein sein. Da gab's nix mehr. Da! Ist ja so ne Zelle. Oh, aber... Tür. Ob ich denn Tür schlafe? Oh, da geht nicht. Super! Ja. Fast ja... Ich hab' nichts an! Darf ich in der Bett zu schlafen? Ja, jetzt bist du dann. Darf ich nicht. Okay. Hallo! Ja, der Lärmmacher. Höhöhöhöhöhöh! Besser, du fasst hier nichts an! Du musst... Du müsstest doch Rotwein haben, oder? Gib mir ein Fleischpaket. Das bleibt aber unter uns. Nein! Jetzt hab' ich keine Zeit! Ja, das kann nix zu verkaufen. Zum Beispiel Rotwein oder so. Man... Da gibt's noch Rotwein. Ich find' da keinen. Dahin ist er da! Dun, dun, dun! Ja! Und was ist da hin? Ja! Die Kiste ist leer. Ey, wir haben hier den... Bisschen heiße! Ohhhh! 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 Ich bin ja... Ich werde mich viel eingeboren... ...entscheiden. Obwohl ich, äh... Pirat... Also wenn man Pirat werden will, äh... ...besser finde. Ich hab' den Wein, den du wolltest. Ich hatte gehofft, du würdest mich nicht enttäuschen. Und ich denke, dafür kann ich mich durchaus großzügig zeigen. Falls du noch mehr Flaschen findest, sieh' dir gerne ab. Gut. Hör mal auf hier, warte mal. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Was willst du denn lernen? Nein. Was? Jetzt kann ich an, Schatz, noch. Dann noch... ...warte mal auf die Nummer 11, Sam. Aber... ...s geht ja erst, äh... ...warte mal... ...warte mal auf die Nummer 11, Sam. Jetzt, 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 jetzt... ...in dem einen, wie er kommt... ...der anderen Ende. So... Ich will es aber, wo das sein sei, der... ...löchert. ...löchert. Die Gäste haben wir schon. Jo. Oh, ich will noch ne Fackel oder so. Oder schlafen gehen, ne? Hier sieht's ja deftig aus. Ich lauf einmal durch. Leppprotektor. Blau krall, Affe. Sind besser. Nein. Du bist. Wie soll dein Verstand in der Fall? Ach, der ist noch ein ist. Ich gehe mal. ande ist noch ein. ... Ich weiß es nicht, also ich gehe wieder zurück nach der See-Karte, obwohl warte, was ist das nochmal gewesen, Schatz? Die Hörgurz, der ist jetzt da, wir sind vorbei, gerade, okay, da geht es wieder zurück, wo der ein Schübler läuft, See-Karte, Okay, gerade auslaufen. Okay, direkt vor und speichern. Oh, Scheiße. Vorweigelaufen, was ist das Loch da? Nee, oder? Nee, oder? Oh, Scheiße. Was ist das? Was ist das? Scheiße. Oh, huh? Das war's. Wo ist denn hier ein Jaguar? Ah, gucken wir mal. 500 Rubin, äh Gold und ein Rubin und ein Seller. So, dann war das da, ne? Der Schatz vom Gym auf meiner Karte. Seekarte. Da! Oh, gerade der Turm. Da, lass mal da gehen. Ach, hier. Ich geh mal hier schlafen, ne? Das ist ja schrecklich, wir sind schon ein paar Tage da. Ich geh mit dem Zug heute. Ich muss mal hier noch was sagen. Und was machen wir jetzt? Ich hab mit dem Kommandanten über Crow geredet. Ich hab mit dem Kommandanten über Crow geredet. Schieß los! Die Brunnen. Die Brunnen. Sie... ...eine... ...wass wir jetzt machen. Und was machen wir jetzt? Du erkundest die Insel? Ich erkunde das Fass. Was? Ich dachte... Ich gebe hier die Befehle. Crow's Mannschaft erkennt mich auf 100 Schritt. Und die Inquisition will mich schon lange hängen sehen. Deshalb spazierst du über die Insel und ich halte hier die Stellung. Super. Super Vater. Ne? Sieh dich einfach mal etwas um. Ja, du bist auch super. Super, ne? Gibt's hier lang? Zu diesem einen Typo? Warte, ist das ne Mauer? Ne. Ah ne, hier geht's durch. Warte, bitte. Ich werde weitergehen, ok. Oh, mein Gott, oh, scheiße. Oh, mein Gott, oh, scheiße. Oh, mein Gott, oh. Oh, mein Gott, oh, scheiße, ja. Oh, mein Gott, oh, scheiße. Seekarte, ist noch da. Oh, mein Gott, oh, scheiße. Oh, mein Gott, oh, scheiße. Oh, mein Gott, oh, scheiße. Oh, mein Gott, oh, scheiße.